Hallo und herzlich willkommen zu eurem Wetterpunkt.net. Wunderbar, dass ihr wieder alle reingeklickt habt. Das ist die Luftmassenverteilung von Sonntagnachmittag um 16 Uhr in 1500 Meter Höhe. Ja, und da hat sie sich dann schon wieder breit gemacht. Die kalte Luft aus dem Nordosten, aus Südskandinavien, aus Polen ist sie bis zu uns wirklich landesweit vorgedrungen, ausgespart von diesen kalten Luftmassen. Am Sonntagnachmittag noch der Preisgau, das Markgräfler Land. Ja, auch im Allgäu ist es noch recht mild und am Bodensee, aber auch da tut sich was. In den kommenden Tagen und da schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Jetzt werfen wir erst einmal einen Blick auf den Wolkenfilm und da machen wir sie aus. Diese dicken Wolkenpakete, die zu uns strömen mit inklusiver milder Luft vom Südwesten, aber auch hier oben im Norden sehen wir diese kalten Luftmassen. Und da lohnt es sich nochmal einen Blick auf die Großwetterlagenkarte zu werfen für den heutigen Nachmittag. Und da ist Wetter bestimmt das Tiefdruckgebiet Malte. Es arbeitet zusammen mit dem Hochdruckgebiet Elke. Und das bedeutet, es strömt einmal sehr kalte Luft zu uns in den Norden und es kommt vom Südwesten her sehr milde Luft. Es bildet sich eine scharfe Luftmassengrenze. Und das bedeutet, es gibt Niederschlag vom Südwesten her. Und entlang dieser Luftmassengrenze wird dann dieser Niederschlag von Regen in Schnee übergeben. Ich empfehle euch unsere App. Den Link zu unserer App findet ihr in der Videobeschreibung. Da habt ihr nämlich das Regenradar und da könnt ihr genau ausmachen, wo fällt welcher Niederschlag. Schauen wir uns nochmal die Temperaturverteilung in der kommenden Nacht an. Wir sehen, im Süden erreichen wir Temperaturen von 7 bis 1 Grad. Und dann erreichen wir nur frostige Temperaturen. Im Norden, da hält sich nämlich dann dagegen diese kalte Luft. Und wir müssen zum Teil auch mit Schneeschauen im Erzgebirge rechnen. Die Temperaturen liegen dann in der Früh zwischen 0 und im Minus 2, also leichter Frost im Norden. Der Wind wird zum Teil recht aufgefrischt sein. Wir rechnen auch im flachen Land mit zum Teil starken bis stürmischen Böen. Und dann schauen wir uns die Karte für den morgigen Freitag an. Da ist diese Luftmassengrenze dann ein Stück weiter Richtung Norden und Nordosten gerutscht. Im Norden bleibt es wirklich recht winterlich, auch tagsüber. Wir rechnen mit Schnee im Nordwesten und auch im Osten des Landes. Recht freundlich im Osten. Da schafft es die Sonne sich auch hier und da durchzusetzen. Die Temperaturen auch am Tag recht frisch. Sie liegen dann zwischen minus 1 und 4 Grad. Ja und dann schauen wir uns mal die Südwestströmung an, mit der wir es hier im Süden zu tun haben. Und da gibt es dann tatsächlich Temperaturen im zweistelligen Bereich und Niederschlag in Form von zum Teil Dauerregen. Ja und dann werfen wir einen Blick auf die Nacht von Freitag auf Samstag. Und da wird der Himmel dann wirklich wolkenreich landesweit ausfallen. Und umso weiter wir uns Richtung Norden bewegen, umso wahrscheinlicher fällt dann der Niederschlag in Form von Schnee. Denn wir haben es im Norden mit wirklich kalten Luftmassen zu tun. Wir sehen hier Werte in der Früh um die minus 2 und minus 3 Grad. Schauen wir uns die milden Luftmassen an. Die liegen dann in der Früh bei Werten zwischen 7 und 0 Grad im Süden. Und wir rechnen weiterhin mit viel, viel Niederschlag in Form von Regen, vor allen Dingen entlang der Alpen. Ja und dann schauen wir uns die Karten für das kommende Wochenende an. Und auch da machen wir schon wieder aus, dass sich die kalten Luftmassen vom Norden ein Stück vorarbeiten am Samstag. Da gibt es dann zum Teil recht freundliche Abschnitte im ganzen Norden hier. Und da wird die Sonne sich wirklich durchsetzen können, das Ganze bei winterlichen Temperaturen, Tageshöchstwerte von minus 1 bis plus 2 Grad. Recht mild und vor allen Dingen nass bleibt es weiter im Süden Temperaturen zwischen 1 und 8 Grad. Ja Grenzwetterlage dann kein Thema mehr am Sonntag. Am Sonntag ist die kalte Luft dann wirklich landesweit angekommen. Wir rechnen weiterhin mit einigen Schauern im Südwesten und es gibt eine wechselnde Bewölkung. Recht freundlich im Norden Temperaturen insgesamt von minus 1 bis 5 Grad. Ja am Montag bleibt es dann noch recht nass im ganzen Süden. Einige Wolken am Himmel in der Mitte des Landes auszumachen. Ja und im Norden, da schafft es die Sonne sich hier und da gegen die Wolken zu behaupten. Insgesamt die Temperaturen von minus 2 bis plus 6 Grad. Aber ich möchte euch den Wind nicht unterschlagen. Am Freitagvormittag haben wir es mit einigen Böen zu tun. Selbst im Flachland sind starke bestürmische Böen zu erwarten. Wir sehen es wirklich mit einer Südwestströmung. Zieht er zu uns und orkanartige Böen tatsächlich im Allgäu und im Schwarzwald auf exponierten Lagen zu erwarten. Ja das war es auch schon wieder das Neueste von eurem Wetter.net. Wenn euch das ganz aktuelle Video gefallen hat, dann vergesst doch nicht zu liken und dann sage ich bis hoffentlich ganz ganz bald. Zieht da nicht ans mais bald. Untertitelung des ZDF, 2020